Oh, guck dir, jetzt geht mir der Schattier, Mann. Nein. Was denn? Das ist ein Clan. Zu viele Leute aus einem Clan. Nee, der Clan ist mir egal. Guck dir den Ping an. Lol. Oh, wir sind so gefickt. Jetzt haben die wieder dick Vorurteile. Aua. Wenn ihr halt direkt hinter der Wand steht, Mann. Wenn ihr mir jetzt was erzählen, der macht zwischen den... Stellt euch nicht immer so hin, dass ich euch erschieße, wenn ich die Drohne kaputt machen will. Was passiert hier aber auch? Oh, jetzt schon wieder eine Drohne. Mein Stränder. I did do it. 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 Äh, der ist ja schon offen. Ich bin halt schon tot, Mann. Die kommt von unten, äh, von oben hier rein bei mir in den Raum. I would need someone to pick me up. But be careful. They are in front of the door. Careful. Get you back up in no time. Get out. Ah, der nächste, der es gut gemacht hat. die haben die kompletten wände da zerschossen warum wird das nicht einen habe ich markiert steve und der hat die kamera zerstört da gibt keine kameras hier im raum von der mitte da ist jemand das ist ja schon hinter mir da war nicht gedacht hätte ich gerade nicht geworfen gehabt damit auch eine granate geworfen hat aber dass die mit 150er ping behaupten shooter spielen dürfen online ist gehört verboten man ja eigentlich müsste man eingeben so welche welche sachen muss jetzt verstärken moment lasst mich gucken lasst mich gucken soll hier mal hier bin und meine comics macht okay diese wand muss nicht gemacht werden weil sie stehen dort auf der anderen seite und voran hätte ich muss das einfach nicht wow ich liebe schon welche wände müssen wir noch durch dicht machen welche man kann man markieren ich habe es nicht gesehen ich würde sagen die hier eigentlich noch ja genau aber da brauche ich noch mehr bei mir passt was ist das was passiert da für uns schon einer tot by the way hier mal schießen sie auf war war Hier ist ein Gegner. Oh, kann man den nicht einfach muten, der ist ein komischer Atomic, der nervt jetzt am rumgeschreiber. Ich hab gar nichts gehört. Ich hab den auch nicht. Der weiß einfach nur nicht, was er schreibt. Hm, keine Ahnung. Er ist zu blöd für sowas. Steven macht die Tür zu. Mach. Wenn du Bescheid weißt. Wurde entdeckt. Okay, wo ist die Drohne? Irgendwo oben vielleicht? Ja, hab sie gefunden, denk ich. Achso, ne, ich werd immer noch gespottet. Hier ist noch offen. Eins. Oh oh, weg hier. Ich hab ihn erledigt, der am Fenster war. Ne, direkt bei mir. Ne, direkt hinter dir in dem Raum. Wo die Absperrung zwischen dir ist. Ich hab's im Blick, den Duster bei dir Vincent, aber nur die rechte Seite sozusagen von dir. Was da links ist, weiß ich nicht. Das seh ich. Ich hab den rechts. Oh oh, da ist offen. Das könnte problematisch sein. Es ist problematisch, da steht jemand gerade zu. Hallo. Hoi. Hi. Komm, ich halte auch nicht weg gerade, das ist echt scheiße. Ja, bleib einfach da. Mach still. Rainbow Six. Oh oh, Grenade. Ben, beweg dich mal ruhig da ein bisschen. Kann ich euch markieren, der steht da. Er kommt, er kommt, er kommt. Ist das ein Schild? One friendly remaining. Er ist direkt rechts von dir hinter der Wand. Ohr. Parkieren. Die stehen so nah aneinander. Nice. War doch cool. Ich stand halt, ich stand wirklich nicht einen Meter auseinander. Ich stand mit Wand an Wand. Ich weiß, ich weiß. Der Herbe nicht gut aussieht. Hey, Legendary ist Legendary. Den muss man benutzen, ja? Ja, wie bei Apex. Ne, war das Apex? Doch, Apex hat ein paar scheiß Legendaries. Da hattest du so einen Legendary-Skin, da hat irgendein Kerl einfach nur eine Glatze gehabt. Und ich dachte mir so, ja, spiel ich nie. Ja, das war Braith. Das war der Raith Legendary. Ja, ja, Braith. Genau, da hab ich mir auch so gedacht. Die hat sogar zwei Glatzen-Skins. Die kriegt so'n Glatzen-Skin, ja super. Die hat sogar zwei Glatzen-Skins, ja. Gibt immer da zwei Farbbarrieren. Ja, die haben die gleiche Taktik wie wir. Rein scheißen? Nö, die haben aber Mira dazwischen gepackt. Fünf Sekunden bevor der Insetzung. Oh dammit, meine Drohne. Meine gute Drohne. Meine gute Drohne. Ach, die ist automatisch rausgeworfen werden. Ich hasse es. Ah. Alle Drohnen bleiben drei Sekunden stehen. Wo sollen wir hingehen? Das Fenster hier, aber das wär risky. Ich geh erstmal hoch aufs Dach. Mal gucken, ob die die Wände zugemacht haben, die werden zumachen muss. Feind draußen entdeckt. Nein. Hab ihn. Aber der ist noch in deinem Leben. Ja, ja, ich hab ihn aber runter ausgenommen. Oh du Stealer. Jupp. Ich hab meine Drohne mal richtig platziert jetzt. Ich wurde entdeckt. Moment. Da ist eine Kamera. Über dir. Da. Hast du schon? Jo. Oh ja, unser Atomi macht da komische Sachen. Oh, Moment mal. keine Probleme. Ich movimiento von K deaden. N. Hallo! M igend. clues von Drone. in der Nerven. Zinhoge gegen den Julian. Zinhoge gegen den Aspen. Ich markier mal Ah mann Dammit, ich hab nur angeschossen den du markiert hast Was war was zum Fick wo 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 komm ich denn jetzt hier rein in der Seite Da, da ist ein Fenster Da hält ich auf jeden Fall mach Oh Gott, der läuft draußen rum, das macht ja so nix Hallo man konnte doch mal rein springen Ach dammit Das wär so schön gewesen, was Er placed grad Ben Er ist vor dir, vor dir, ich markier, ich markier Einen hab ich markiert, ist noch ungefähr in der Ecke Wo genau weiß ich nicht denn Move, move, Mira kommt, Mira kommt Oh dahinter war der Unter dieser Ali die Kacke Ja Aber der hat überall hin Aber der hat überall hin Loll Was? 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 Warum hat er das gemacht? Was? Ich spiele Bug, ich bin Kanadier I'm sorry Achso Ich bin auf dem Dach gespawnt Naja Was nützen mir das? Bester Spawn Keine Ahnung Keine Ahnung Wie ich da... Warum hast du so komische Luftschächte Die so schön auch rot-weiß markiert sind Äh, ich bin unten Ich bin unten Mit der Mitte runtergefallen Hallo Hallo Da geht's hoch Das kann man auch machen Ist zwar dämlich, aber kann man machen Ähm, wie schon... Ja, wie immer Ich hab direkt vier Stück gesehen, ey Ich war direkt auf dem Bett bin ich gelandet Was macht dieser Alex? Auf Gott sind die dumm Was sind das für randoms schon wieder? Äh, bei Drohne ist doch scheißegal, wenn die Bombe gefunden ist Nee, kannst du noch irgendwo platzieren, dass die... Ja, ich weiß Aber wenn man das mal nicht macht, dass du nicht so will Schau ich ja auch nicht immer Er ist immer noch mit der Drohne auf dem Bottomfloor gewesen Äh, die haben übrigens wieder die... Die Doppelgänger-Tussi, also passt auf Ich verfolge Blitz Jetzt hat er mich Äh, war gar nicht Blitz, war Elektro-Gedöns Gummerweise Haben die hier einen Eingang oben? Oh, die ist ja schon offen Und Paulie ist schon drin Oh, ich check gar nichts, Mann Feind draußen Wo war der? Der ist rausgekommen Ja, nice Der ist rumgemufft Der ist rumgemufft Ah, da hab ich jetzt übrigens die Lüftungsschächte gesehen Gibt's denn noch einen Eingang? Nee Oh, die Lüftungsschächte eingehen, okay Hm, die Runde zack, die sollen nicht zu Ende sein Ich weiß nicht so ganz, warum unser Diffuser vorgelaufen ist Ich hab's nicht erkannt, das war irgendwie komisch Ich sag ja das Ganz ehrlich Ach das blaue Licht Das blaue Licht Das blaue Licht Ich hab's eigentlich mit dem Hintergrund nicht unterscheiden können in dem Moment Was kann der? Ja Wenn die Gegner sich bewegen, wenn ich mein Gadget anmache, kriegen wir die markiert Aber wenn sie sich nicht bewegen, kriegen wir sie nicht markiert Kannst du das einmal kurz markieren und dich dann direkt aktivieren und dann nicht direkt bewegen? Oder ist das so, dass... Ich kann das aktivieren, während ich mich bewege, ja Oh mein Gott, das heißt, du kannst das aktivieren, dann müssen die alle stehen bleiben und dann pushen Ja Das ist ne Option Aber die haben sich jetzt verteidigt da unten Bombe? Unten? Nee, Erdgeschoss Ach, dieses gespringende Mekadronen, das geht einem so auf den Tod Oh mein Gott, die Agenten Äh, zwei von denen sind in AFK Bisher noch Wah Und wir haben wieder ne Mira, oh nein Ich hasse Mira, Mira ist auch so ein Drecks-Operator 5 seconds to insertion Ich bin im Mini Kühlschrank bei der Bombe Hö 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 Hände, wo bist du? tot wahrscheinlich Ich bin auf dem Herd That's hard That's hard Uff That's uff Double Shields! Ja genau, ja genau, natürlich, natürlich Da habt ihr die Markierungen Dumme, dreckige, scheiß Mechanik Ich mach das jetzt absolut jede Runde Da ist einer, am Fenster Ich hab hinter dir das Fenster, Winne Drones online Kein Lack mit dem Hits Kein Lack Komm FF hier Das geht ja nicht, das ist in fucking Norm Ich hab dafür Lack mit dem Hits Oh lol, die sind ja alle tot Yo Steven, geh mal von meiner Drohne weg Warum? Kannst die Drohne eh nicht mehr fahren Aber ich kann setzen und her bewegen Kann ich mehr sehen Hm, ist der draußen der Diffuser? Nö, der ist wieder drin Nö, nö, ist er nicht Aber Puff Das ist noch schnell vorbei dran Bei dem Mirror Eingang will ich nicht rein Bei dem Mirror Eingang will ich nicht rein Da ist ja mega hässlich Da war einer Da war einer Da war einer Noch ne Minute Ich weiß ich alleine bin Ist markiert Er ist da hinter seinem Schild Hm Hast ne Nate? Hab ich tatsächlich sogar, ja wo? Ah ne ne Stunnate leider Ach dammit, das schaff ich nicht rechtzeitig Reinsprinten und schießen Der ist direkt rechts und der geht jetzt direkt Nichts Oh, friendly Hab ich besser gewesen Ja, war auch besser Hab ich falsch entschieden Jetzt ist er rausgegangen Och, come on Von uns, lol Er hat eh nix gemacht Ja, aber er war wenigstens ein Miet-Shield Wo wir wussten, dass die Gegner immer schießen müssen Ah gut, er hat Gegen-Shield-Locations offenbar Ja gut, ja Lass, 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 lass ich kennen Da wo er gestorben ist, war ein Gegner Das ist überall CS hier in diesem Game Ich verstehe sowieso nicht diesen Kick-Boat manchmal Oder wenn die, äh, gibt's jetzt überhaupt hier auch ein Kick-Boat? Äh, ja, ähm, im Dings zumindest, yo Im Ranked gibt's ein Kick-Boat auf jeden Fall Op-4 hat eine Bombe Ich habe nicht die Sachen zugemacht, die du gerne hättest, jetzt Eins Ja, genau, da brauche ich noch eine Äh, ich wurde entdeckt, also ist hier irgendwo noch eine Drohne Wurde immer noch entdeckt Wurde immer noch entdeckt Wo ist die Tax-Drohne? Irgendwo ist noch eine Drohne hier drin tatsächlich, das bisschen doof ist Klar, schießt durch Wände auf mich, interessant Wie der hier einfach reinkam ohne Geräusche zu machen, das ist so dumm Wo? Bei mir, ich habe ihn aber gekillt Die wissen, wo du bist, Ben Die wissen auch, wo ich bin Die wissen auch, wo ich bin Naaaaaah Na, für Glück euch Gehst du auch, oder was? Bin tot Ach so Und wir haben keine nützlichen Kameras mehr Und wir haben keine nützlichen Kameras mehr Ach, come on Nimm den Gang, wo du spierst, hab ich Ach, den Gang, wo du spierst, hab ich Ach, den Gang, wo du spierst, hab ich Und wir haben keine nützlichen Kameras mehr Ich will auch wissen, wo ich bin hier schmeißen fallen rum die ist die ist noch der steht mitten im raum einfach die wirft dort die du gerade angeguckt der müsse noch der unter dir unter dir der ball oder wieder aufgehoben der war schon mal nokt deswegen auch vor gesagt er wird gerade live dort die sind doch bestimmt der gleichen stelle oder oben müssen die man nicht haben wir gefunden das ist nämlich unten weil ich habe mit einer hand und mit der anderen hat einfach nur die drohne da rein gefahren wir haben wieder alibi und mir da ist jemand die zweite bombe gefunden hier ist auch jemand damit haben sie jedenfalls alle aufgedeckt auch noch extra ist das euer fucking ernst man nach das bullshit ich kann auch wo werden muss rausgehen um mich auch um mich zu finischen denn da müssen wir weit laufen er ist aber draußen er ist draußen er gönnt sich er gönnt sich ja nice nice geht doch irgendwie aufheben ich gebe dir deckung wenn er durchs fenster sieben komm ein stück zurück krieg ich ein stück rückwärts ja ich bin fast tot ich mach grad oh nice ich will halt nicht vorm fenster stehen ich wurde entdeckt habt ihr naja er hat mich na wo war die kamera hier nochmal ok jetzt muss ich gucken wo die scheiß kamera ist bin die ganze zeit entdeckt aber ich weiß nicht wo die kamera ist ah da ist die kamera ich fahr mal rein ich fahr mal rein ok wir sind direkt hier vorne in dem gang hier hinter der wand sind die drin da bau nochmal ne drohne kannst du hier in das fenster eine drohne rein machen habe ich hier davor gesehen weil dort wäre es am einfachsten zu legen da steht ein alibi ah ja hier ist einer rein markieren ja praktisch hat mich mal gereicht doch hinten rechts hinten rechts das fenster hinten rechts außer jo hab ich das fenster hab ich naja du meinst halt ehrlich noch ne letzte ist jetzt da drin in zweistens 2v2 und die wurden immer noch entdeckt hier draußen ich habe eine drohne in einem camera erwischt aber das ist wahrscheinlich nicht die cam die uns hier aufdeckt hab ein letztes draußen letztes draußen aber dann kann ich da rein und planten ja weil er hier direkt durchlaufen kann der raum da ist ja schon das ding aber du hast ihn gut gebetet nach dem scheiß hast du gemacht er hat nicht gebetet einfach nur ach so du hast ihn gekillt ich hab ihn gekillt wir haben gewonnen dadurch kaum ist der typ raus gewinnen wir die runde auch guck mal scheiß fucking grief hast du recht wir rennen damit eigentlich mit weihnachts views rum 12 kills alter ja ok ja das ist immer 50 prozent pack aufmachen aufmachen 17 prozent krieg ich ich habe es bei 17 prozent bekommen ich habe es bekommen ach da unten sehe ich für wen das ist ich krieg auch blau sehr schön für diesen wer ist dieser vulkan mit dieser kugel die doch und wer ist diese schieß lukentuse schieß lukentuse ich habe es